Kärnten ist und bleibt die Narrenhochburg Österreichs. 17 Jahre und kein bisschen leise, so kann man das Programm des heurigen Faschings in Althofen kurz umschreiben. Eha, schau, schau! Ich komme da natürlich sehr, sehr gerne und ich möchte mich bedanken für die monatelange Vorbereitungsarbeit. Das ist wieder eine großartige Aufführung. Mit einem Pointen-Feuerwerk ging es durch den Abend. Weißt du, was mir das letzte Mal aufgefallen ist? Na was? Mein Buhr. Mein Buhr schaut ganz gleich aus wie ich. Wie aus dem Gesicht ausgerissen. Er macht ja nix. Hauptsache er ist gesund. Fasching in Dreibach ist für mich ein Pflichttermin. Einfach weil es einer der besten Faschings ist mit einem professionellen Team und irrsinnig lustig ist und wirklich eine tolle Darbietung. Das ist für mich als Pflichterin etwas komplett Neues und ich bin schwer beeindruckt. Also ein Unternehmen mit eingetragener, registrierter Warenmarke, das steht für Genoveva und AMS steht für Aufmängersuche. Haben wir auch die älteste Sportart ausgeübt. Was meinst du? Den Seitensprung. Nein. Eine Klasse für sich, wie in den vergangenen Jahren, Heinz Lagler. Schneller, das ist viel besser, doch der Bischof wird mich entweilen. Ein bisschen Fieber und heise Waden, das kann uns Menschen doch gar nicht schaden. Vom vielen Schwitzen bekommst du Flitzen, der Schweinegrippe tut mir nicht weh. Der schönste Augenblick ist das, wenn alles gut gegangen ist und wenn die Leute kommen zufrieden sind, mir auf die Schulter klopfen und sagen, super war es wieder, wir kommen gerne wieder. 3-Wahr-Forschung ist Pflicht. Ein Jahr habe ich mal ausgelassen, aber sonst, ich glaube, bin ich jetzt schon 19, 20 Jahre heroben. Wir genießen den heutigen Abend und ich kann sagen, also das, was wir bis heute gesehen, bis jetzt gesehen haben in der ersten Halbzeit, das war wieder sensationell. Als Präsident hat man eigentlich immer ein leichtes Leben, nicht? Weil, wenn man so tolle Akteure hat, auf der Bühne und hinter der Bühne, ist es eigentlich ein leichtes Präsident zu sein. Ich impf mich sicher nicht, ich bin nicht blöd, ich impf mich sicher nicht. Wir sind nicht blöd, wir impfen uns nicht, wir sind nicht blöd, wir impfen uns nicht. Willst du mir etwas sagen, ich bin nicht zu alt für Silvio? Aber nicht für uns. Der Fasching in Althofen ist und bleibt eine Klasse für Sie.